Es geht schon so los, es geht schon los. Willkommen, willkommen, zurück, zurück zum Spiel Brothers in Arms 3 Hell's Highway. Jetzt bin ich gerade am suchen, was meine Kollegen vielleicht falsch gemacht haben, wo die überhaupt sind. Ich habe die Möglichkeit mit einer rechten Maustaste, Achtung. Von dort aus Feuerschutz geben, ob das Sinn macht oder nicht, das spielt überhaupt keine Rolle. Was muss ich denn machen, wo muss ich denn hin? Halt, ich muss eigentlich in die andere Richtung. Guck mal da, mittlere Maustaste und... Das ist ein geiles Geräusch. So, wo sind meine Freunde? Wo sind meine Freunde? Willkommen, willkommen hier in Neverland. Ah, okay. Ducken. Da sind meine Freunde und da ist Norton. Aha. Sobald ich die Umschalttaste drücke, wird hier... Umgeschalten. Rennen ist mit Space. Space, 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 Space. Okay. Die Niederlande sind schön. Aber nicht schön genug. Kommt, Jungs. Wir laufen... Wir laufen... Ähm... Wir laufen... Wir lang. Außen lang. Außen... Nein, das geht nicht. Och, Mann. Nervt mich nicht. Ich geh mal hier die Straße lang. Geht nicht. Oh, das hab ich schon mal verlaufen. Fuck. Hier rein. Nee, Hecke. Also. Da sind welche tot. Gut, okay. Dann geht sie gerade. Da war ich doch schon. Da war ich doch schon. Los, da drüber. Haha. MG-Wechsel. Ich verstehe nicht ganz, wie es jetzt weitergeht. Das kann doch nicht sein. Moment. Halt. Halt. Hier. So. Mensch, ey. Willst du mich verarschen, oder was? Das ist so ein linear, als Spiel. Durch die Tür? Nee. Ich geh mal zu meinen Kumpels. Wo sind denn die? Ha. Über die Deckung. So, weiter geht's. Die Mühle. Da waren wir. Oh, Mann. Oh. Es schießt. Es schießt. Es schießt. Wer nicht schießt. Der kaut Kaugummi. Nein, hier geht's nicht lang. Im Moment, das kann doch nichts wahr sein. Komm jetzt. Mensch. Das krieg ich auch ein Hals. Das ist so ein tolles Spiel. So ein tolles Spiel. Ich muss da lang. Da lang. Da lang. Da lang. Durch die Tür. Aha. Aha. Jetzt geht's hier weiter. Mann. Endlich mal Gegner. Beseitigt ihre Deckung. So. Und jetzt bin ich mal gespannt. Jetzt kann man... Man kann nämlich... ...seinen Kompagnons eine kleine Mitteilung geben. Das dauert bloß eine Weile, bis die kommen. Und was denn nun? Musst du hier alles alleine machen? Oh. Ey, hallo. Wo ist der Sack? Kommt jetzt, Jungs. Ich hab gleich einen Fehler gemacht bei der... Wir haben Verluste. Wir kriegen jetzt zu viel. Der ist tot. Oh. Ich weiß auch nicht. Also irgendwie... ...hat mich das gerade ein bisschen im Stich gelassen. Oh, Mann. Bleib stehen, damit ich dich erschließen kann. Wieder Platz, taff nichts. In Stellung. Okay. Ja. Kommt her. Los, los, los. 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 Was ist das? Kommt jetzt. So. Ein Oswald-Müttemberg. Und hier geht es eigentlich gerade rum. Dass wir... ...mit der Leertaste laufen, laufen, laufen. Und dann... ...dann... ...eliminieren. Halt, ich habe immer die falsche Taste Haha Oh, ich muss in Deckung gehen Alter, das ist Krieg Komm her, du Sack Das ist gar nicht so einfach Wie ich mir das dachte Ha So, okay, okay, okay Ähm Da drüben aufstellen, schnell Ich habe eigentlich nur Jesper und Kasper Ne, und? Schnell die Bierchen trinken Ähm, was habe ich denn? Ich habe zwei Jungs, die mir helfen Hier Den ganzen Schlamassel zu beseitigen Wir müssen hier relativ leise sein Ich verwechsel hier manchmal die Tasten Ich verstehe das nicht Was war das denn? Geladen, geladen, geladen Ich verstehe das nicht Ich verstehe das nicht Ich muss das aber auch nicht verstehen Das ist das Tolle So, hier ist ein Bad Ah, die Tastatur ist total Für einen Arschi-Mann So, ich habe alles erledigt Ja, kein, komm Wir kriegen jetzt Nee Ich bin mir da bei dem Spiel noch nicht ganz so schlüssig Was ich machen kann und was nicht Das ist echt krass Also, mit Shift Entert man die Waffe So Nachladen Nachladen mit E Vorwärtsbewegen mit W Zurück mit S D A W S D A Das klappt Ducken Mit C D Und Rennen Mit 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 Das ist Doof Ich kann mit 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 Laufwerk Also mit Mit Ach Quatsch mit Laufwerk Mit Mausrad Wechseln Und mit Hier auch mit Mit Shift Die eigentlich für Fürs Rennen Zuständisch ist MG Ausgewählt Okay, komm Beginne einfach weiter Hier geht es nicht weiter Schleichen im Schlauch Will Hier geht es weiter Ah Okay Eliminiere die Deutsche im Bauernhaus Hab ich Wäre den Deutschen Gegenangriff Ab So Okay Ah Es gibt Mehr Wenn ihr Jungs Denen Wenn ihr Jungs Denen Die Okay Also Es ist ein bisschen putzig Ich kann Ich kann Ich kann Ich kann Aus meiner Deckung Ja Wie James Bond Schießen Und Ich kann Ich kann Ich kann Ich hab extra das Fadenkreuz Ausgeschalten Oh nein Ich bin tot Das ist scheiße Ich muss hier Absolut Umdenken Ich hab die Möglichkeit Ich habe die Möglichkeit Ja Im Team Zu arbeiten Okay Bis später dann Ja 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 Bla 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 Bis später dann